In den neuen Wertungsbestimmungen, die ja nach der letzten Olympiade eingeführt worden sind, sind halt diese Tanzschrittkombinationen sozusagen wie ein Pflichtelement und das sollte einfach nur mal so ein bisschen eine Basis legen, sich eben auch mal tänzerisch zu bewegen. Da kann man halt einfach für wirklich sein und sich bewegen und das macht halt einfach Spaß, weil wenn du halt einfach daheim rumhockst, machst du halt nichts und im Training kannst du dich halt bewegen und frei und du machst halt gerne Sachen. Wenn man auf der Fläche steht, ist man glücklich. Bis die Wolken wieder zerhauen die wir werden. Bis die Wolken wieder zerhauen die wir werden. Wenn die Wolken wieder verlassen. hat das Pferd highest. Gleich thee! Untertitelung des ZDF für funk, 2017